Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die Dachsanlöse für Freitag, den 21. Juni 2024. Damit schon den Verfallstag, den großen Verfallstag, den Juni-Verfall, großen Hexensabbat. Und unseren Stand-Up-Paddler hat sich von der Welle ein bisschen von hinten nach oben geschädelt. Nicht ganz unerwartet. Wir hatten gestern schon die Vermutung geäußert, dass er sich jetzt vielleicht nochmal an der Welle orientiert, sich nochmal hier draufdrücken kann, weil er eben die 1860, 1880 unseren Support hier verteidigt hat. Er hatte gesagt, wenn der über der 18100 notiert, würde ich dann schon eher mich nach oben orientieren. 230 und so weiter, 260 und eben auch die 300 anpeilen. Jetzt hatte jemand geschrieben, wieso, warum wir 300 und glauben wir nicht, dass die erreicht wird. Er war relativ dicht dran. Also 4 hat da nicht gefehlt. Es waren 30 Punkte. Das ging aber eher mehr, warum wird jetzt so ein Verfallstag so viel erwartet? Zum Verfallstag wird in dem Sinne viel erwartet, oder Worte viel erwartet, weil auf dem Verfallstag, das ist der einzige Tag im Monat, wo die ganz großen Jungs tatsächlich Zwang haben. Wirklich, man kann es Zwang nennen, dass ein bestimmtes Niveau erreicht werden kann. Die haben jetzt hier Millionen in irgendwelche Optionen verpackt, die jetzt am Freitag auslaufen. 13 Uhr, 12, 13, 13, 5, je nachdem, wo, wie, was gepackt ist in dem Bereich. Oder die Amis dann, 22 Uhr. Und wenn, ich sag mal, die haben jetzt den Carl bei 18.400 liegen, ja, dann läuft der wertlos ab, wenn der Markt drunter abrechnet. Und wenn die natürlich jetzt hier sehen, die gucken ins Erdobuch, sehen im Markt, ich brauche jetzt hier eine Million, um den DAX noch mal die 100 Punkte hochzudrücken, damit ihre Position mit vielleicht 10 Millionen noch in den Gewinn kommt und eben nicht zu Null abrechnet, dann nutzen die das. Und das ist einfach der Grund, warum immer wieder in der Verfallswoche von mehreren Seiten, das funktioniert natürlich, der eine ist nach unten orientiert, der andere ist nach oben orientiert, so eine deutlich gespannte Bewegung ist. Und wir haben gesagt, für den DAX wird es wichtig, wie er hier oben reagiert, wenn er abkippt, gerade mit den Amerikanern, wenn die ihm Stress nach unten reinbringen. Und wenn ihr euch mal den Nassag anguckt, wie der zum Donnerstag gelaufen ist und wie sich der DAX währenddessen verhalten hat, kann man sehr schön sehen, diese Schere, die da aufgegangen ist, indem sie den Nassag einfach brutal nach unten gezogen haben, dass der eben nicht unbedingt das große Interesse hat, zum Verfall da eben hochgestellt zu werden, sondern dass der eine oder andere vielleicht versucht, noch ein paar Puts ins Geld zu bringen und den Markt eben ein bisschen zu pressen oder vielleicht eben die Cards nicht so weit ins Geld laufen zu lassen. Also die Optionen, die an steigenden Kursen verdienen. Und das als solches eben geballt auf den dritten Freitag im Monat, Ende Quartal, dann sogar noch mit der Futures-Abrechnung, bringt einfach eben immer wieder Dynamik rein und man sieht es immer wieder, dass der Markt entsprechend eben auch eine schöne Bewegung dann zu bieten hat. Wir haben die 300 fast erreicht, ja, also war jetzt hier nicht verkehrt. Wir haben auch deutsche Gegenbewegungen zwischen Schlenker mit drin gehabt. Insgesamt dennoch ein recht ruhiger Tag. Ja, also es ist auch für eine Verfallswoche weiterhin noch ein bisschen, man kann schon sagen, das ist noch relativ dünn. Und deswegen würde ich ein bisschen noch zum Freitag die Fühler ausschrecken, ob da nicht noch ein bisschen eine Überraschung kommen kann. Gerade 12 Uhr, 13 Uhr sollte man mal genau hingucken, als insbesondere 13 Uhr. Wir haben schon einige Verfallstermine auch mal gesehen, wo dann einfach mal plötzlich so ein 100, 150 Punkte Sprung drin war, weil ein Future irgendwie anders taxiert wurde wie der DAX und dann haben sie sich irgendwie wieder beide angeglichen oder man hat sie beide wieder angeglichen durch Abiturage. Und das ist vielleicht noch mal eine schöne Gelegenheit für den ein oder anderen. Unsere Wochenidee war grundsätzlich gewesen, dass wenn wir uns zurückentsinnen, der Freitag noch mal ein bisschen schwach abschließt. Also wenn wir wirklich eine Woche zurückentsinnen, Donnerstag, Mittwoch sogar schon, hat man auch schon drüber gesprochen, dass der Freitag vielleicht sogar tief abschließt und wir dann Montag, Dienstag, Mittwoch uns hochstellen und Donnerstag, Freitag hier noch mal so eine Spritze nach oben sehen, da hängen wir ein bisschen doll hinterher, das muss man schon sagen. Also die Erwartungshaltung war tatsächlich, dass wir schon zum Mittwoch über der 300 oder an der 300 stehen und dann zum Donnerstag vielleicht sogar hier schon gegen grüne Linie springen. Aber die grüne Linie, die wir hier sehen, wäre vielleicht zum Freitag ein Eskalationsziel, wenn er wirklich dick auf die Kacke hauen will. Ja, also eine 500 halte ich zum Verfallstag realistisch, auch wenn ich es gar nicht zwangsweise erwarte. Ich würde ihm dennoch, wenn er weiterhin seine Lage gehalten kriegt oder die Stellung gehalten kriegt, sagen wir es eher so, dafür muss er über 200 bleiben, 200 noch besser über 220 bleiben, gelingt ihm das, hat er grundsätzlich das Zeug, hier wieder hochzulaufen, 330 zu holen oder sogar vielleicht in die 400, 424 reinzulaufen. Ja, also Wocheneröffnung war glaube ich hier, warte mal, wo war die Vorwocheneröffnung? Die Vorwocheneröffnung war Montag, Montag hier. Hier war die Vorwocheneröffnung, er ist genau 500. Wenn er das macht, würde die schwache Vorwochenkerze sogar auf dem Wortchart eben ausgekontert kriegen, aber muss nicht zwangsweise passieren. Sollte er aber mit einem Aufwärtscap reinkommen und vielleicht zum Beispiel wirklich über eine 300 eröffnen, in den Freitag rein, würde ich ihm das schon zutrauen, dass er bis 500 kommen kann. Also das wäre so das Spektrum, was ich ihm für einen Volatintag gebe. Wenn wir den einkriegen, ich denke dann ist eine 420, eine 500 erreichbar, muss natürlich über 220 halten, idealerweise vielleicht per Aufwärtscap einleiten, dann ist das machbar für einen positiven Tag, der hier vielleicht ein bisschen in die Volatilität reingeht. Sollten wir das aber nicht bekommen, dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja mit der Zwei-Kästchen-Methode ermittelt. Hoch, zack, erste Kästchen, zweite. Das kann als ABC auch verstanden werden, als eine kleine Korrekturformation. Das heißt, sollte der 300 anschrubben und sich umdrehen wie ein Dummer, so wie der Nasdaq jetzt am Donnerstag gehandelt wurde, ist es trotzdem noch möglich, das was wir gestern gesagt haben, dass er von 300 bis in die 18.000 durcheskalieren kann. Ja, und dann wird er wahrscheinlich sogar Montag auch noch weiter fallen, weil er sich an der Bewegungswelle dann orientiert. Und wenn er die nach unten hier wegzieht, wäre das hier eine bärische Flagge gewesen, dann wäre das die trendbestimmte Richtung, hier kommt dann noch eine zweite Welle dahinter und dann stehen wir hier unten direkt an dem G-Plus bei 27 und das wahrscheinlich schon Dienstag. Wäre das, ich sag mal, fast Worst-Case-Szenario. Ja, deswegen ist der Bereich hier oben relativ wichtig und vor allen Dingen auch die Verlagerung der Dynamik. Das Ganze ist so ruhig, wie der war, so ruhig, wie der gelegen hat. Wenn ihr sowas zum Freitag seht, braucht ihr euch nicht viele Sorgen machen, dass ihr den verhauen. Das macht er einfach nicht, der Dachs. Wenn er ruhig ist, dann steigt er eigentlich immer. Erst wenn er Stress reinbringt. Wenn er wirklich Druck reinbringt, dann müssen wir ein bisschen aufpassen und gucken, wie tief geht er, welche Bereiche unterbietet er. Und da kann man auch schon fast eigentlich sagen, also unter 200 ist ein bisschen das Risiko eher nach unten angedreht. Ja, weil die Bewegung zu sehr als bärische Flagge gewertet werden muss, als dass man ihm unter 200er Augen was tollreden kann. Das ist einfach so. Ja, ich denke, wenn er das machen will, was wir hier wirklich vor Augen hatten, dann gibt es eigentlich fast nur den Weg über Aufwärtsgap und Durchdrücken. Mindestens sind die 4,20 rein. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass er es realisiert bekommt. Also, es gibt zwar noch die Option mit einem tiefen Start und dann lang rausschrecken, aber wo soll er denn da hinstarten? 1,90 rein, das zögert es doch auch noch alles raus. Das baut nicht genug Druck auf. Das weiß ich, nee. Ich würde unter 200 eher das Risiko nach unten geben. Ja, im Zweifelszucker unter 18.000. Und wenn er das zum Freitag macht und auch da unten schließt, kann es böse werden am Montag. Ja, kann eine richtige Rutsche dann hinterherkommen. Das ist soweit meine Erwartungshaltung. Ja, also vom Bild her und dem, was wir haben wollten, bewegt es sich drin, ist aber zu langsam. Ja, solange aber nichts abbricht, sehe ich das Potenzial eher da. Ja, also dass es hier noch die Erholung ein bisschen weiter ausdehnt, ein bisschen fortsetzt. Hellhörig werde ich nur, wenn er mir unter der 200 zappelig wird. Ja, dann gucke ich mir genauer an, ob er uns nicht nach unten stiften geht, weil das Risiko ist einfach zu groß, um es nicht zu beachten. Ich wollte euch nicht sagen, dass ich jetzt hier eine Strecke von 500 Punkten nach unten sehe. Also ja, schon. Aber das ist nicht zwangsweise das, was ich favorisiere. Ich würde euch plötzlich das Risiko transparent machen, was passieren kann, wenn er hier oben eben nicht liefert und seine Baustellen verletzt. Aber er muss die auch erst verletzen. Also wenn dann Bedingungen. So wie unsere Analyse immer aufgebaut ist. Er muss erst das eine machen, um das andere machen zu können. Und solange er unten nichts antriggert, bleiben wir erst mal in dem Szenario, weil das hat er bedient. Hier hat er das Wenn erfüllt. Das Wenn war, den tiefen Tagesschluss zu stellen. Das Wenn war, am Montag sich aufzudrehen. Das Wenn war, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sich hier weiter hochzuziehen Richtung 300. Das haben wir alles erfüllt. Diese Wends sind alle erfüllt. Und das Dann dazu wäre jetzt hier eben auch noch, den Freitag oben rauszusetzen. Na da, in dem Szenario stecken wir drinnen. Und solange wir das nicht abbrechen, durch ein anderes, darf er das erst mal noch ausführen. Ich hoffe, das habe ich so gut erklärt. Weil ich weiß, das fällt immer vielen schwer, das so zu verstehen. Für die gibt es nur Grün oder Rot. Die wollen von mir wissen, es fällt oder es steigt. Und dann machen sie sich tierisch lustig darüber, wenn ich gesagt habe, wie zum Beispiel es steigt und dann fällt es trotzdem. Beispielsweise geht es unter 220 und fällt wirklich unter 800 aus. Und machen die sich lustig ohne Ende, dass ich doch total falsch gelegen habe. Und dann merkt man, dass sie das einfach nicht verstehen. Nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen. Wobei, weiß nicht, ich glaube eher letzteres. Das ist ausklaggebend. Gut. Okay, Freunde. Seminar. Muss ich nochmal gucken in die Mails, ob der letzte Platz jetzt schon weg war. Das hatten jetzt noch welche angefragt. Würden dann ansonsten auf Warteliste umstellen. Das heißt, wer da noch kommen will, kann nur noch auf die Warteliste kommen und darauf hoffen, dass der eine oder andere noch abspringt. Hin und wieder klappt das ja. Dennoch, wer Interesse hat, einfach anschreiben. Schickt einfach die Daten. Ich kann euch nur das dann eben weitergeben, wenn ich von euch was habe. Mein Laptop ist leider immer noch kaputt. Ihr merkt das auch an den Videos. Ich muss gucken, ob ich überhaupt an die Mails ankomme, um jetzt am Wochenende die Info-Mail an die anderen zu schicken. Ansonsten kommt mein neues Ersatzgerät am Montag, glaube ich. Oder am Dienstag. Montag, Dienstag. Allerspätestens dann gibt es dann nochmal die abschließende Info. Aber ich probiere das schon vorzeitig irgendwie noch hinzukriegen. Dass ich jetzt am Wochenende die Mail fertig mache für alle die, die jetzt schon ihre Teilnahme bestätigt bekommen haben von mir. Mit den Infos nochmal, wo, wie, was, wann, genau und so weiter und so fort. Also da braucht ihr noch nicht drängeln. Könnt mir aber gerne ansonsten auch nochmal eine kurze E-Mail schicken. Dann habe ich euch auf jeden Fall hier drin, weil die Tabelle, die ich mir fertig gemacht habe mit all den Kontaktsachen und so, die ist auf dem kaputten Gerät und noch nicht in der Datensicherung. Also das ist für mich natürlich jetzt ein bisschen dumm, weil ich auch an die Mail in der Ablage nicht rankomme. Die hole ich mir immer lokal runter, damit eben nichts in der Cloud ist von euren, ich sage mal, sensiblen Daten. Ja, da bin ich als ITler einfach ein bisschen, ah, da bin ich zu gebranntes Kind. Ja, da bin ich ultra vorsichtig mit sowas. Und das ist natürlich dann blöd, wenn dein Laptop dann Wasserschaden kriegt, weil dann einfach du nicht mehr rankommst, ja, wenn du es noch nicht lokal gesichert hast. Und das hatte ich noch nicht. Aber es kriegt mal alles. Okay, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. Die Seminarunterlagen, die sind safe, die sind auch schon, die kommen jetzt auch an. Ich glaube, die kommen sogar morgen schon an. Dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Die kommt auch an. Börsenbesuch Frankfurt haben wir auch schon gebucht. Das heißt, Freitag Börsenbesuch, das steht auch. Auch wenn die sich ja auch ein bisschen dusselig hatten, bin ich mal gespannt, wie das dann vor Ort ist. Das ist mit deren Führung da für mich auch mal interessant. Aber kriegen alles hin. Braucht euch keine Sorgen machen. Ich wollte bloß sagen, dass es vielleicht, wenn es am Wochenende nicht klappt, dann erst am Montag die Info an alle gibt. Gut, Freunde. Ich mache jetzt hier zu. Wünsche euch viel Erfolg. Gutes Gelingen. Und genießt doch mal die Charts hier nach dem Seminar. Ja, dreht die Seminarteilnehmer das dann. Dann gibt es einmal nackigen Charts. Und dann wird so analysiert, wie die das vorgeben. Ja, bin gespannt, auf welche Erkenntnisse wir dann stoßen. Letztes Mal war Bombe. Die Letzten haben das richtig gut gemacht. Und der Dax hat prima mitgespielt. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt klappt. Gut, Freunde. Ich mache hier aus. Wünsche euch Spaß. Gutes Gelingen. Viel Erfolg. Und dann hören wir uns am Sonntag wieder für die Analyse zum Montag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.